Willkommen zur heutigen geistigen Yoga-Übung. Wir wollen ja sozusagen heute wieder unsere Komfortzone erweitern, idealerweise unsere Komfortzone verlassen. Und wenn wir uns das natürlich anschauen, dass wir die Komfortzone erweitern und letztlich auch verlassen wollen, dann braucht es natürlich auch Gedanken, die außerhalb irgendeiner Komfortzone existieren. Und dementsprechend habe ich wieder einen Gedanken für dich mitgebracht, der dich sehr wahrscheinlich an die Grenze deiner eigenen Komfortzone heranbringt und idealerweise natürlich die Perspektive schaffen soll, dich über die Grenzen deiner Komfortzone hinweg zu heben. Oder zumindest im Grunde genommen, und das müsste das Endergebnis sein, dich dahin bringen, dass du jetzt schon erkennst, dass du eigentlich schon da bist. Und von daher freue ich mich, den Gedanken hier mit dir zu teilen. Freue mich, dass du da bist und überhaupt die Bereitschaft hast. Tatsächlich auch, und das ist im Grunde genommen immer so, auch die Bereitschaft hast, deine Komfortzone zu konfrontieren. Weil das ist das, warum die meisten Menschen eine Herausforderung haben, ihre Komfortzone zu erweitern oder sie auch tatsächlich zu verlassen. Weil natürlich jedes Verlassen der Komfortzone bedeuten würde, dass ich mich an einen Ort begebe oder mich in einen Raum gedanklicherseits begebe, der außerhalb meines aktuellen gewohnten Rahmens ist und natürlich auch damit verbunden ist, dass ich meine vergangene Überzeugung hinterfrage und dementsprechend auch loslassen und verändern darf. Und logischerweise, wenn ich eine Überzeugung von mir und der Welt habe und sozusagen wie bestimmte Situationen in meinem Leben in der Vergangenheit gewesen sind und ich die dann aufweiche, dann könnte das damit einhergehen, dass ich ja möglicherweise so das Gefühl habe, dass ich meine Realität in der Vergangenheit verleugnen würde. Und ich, ja, dann vielleicht auch mich selbst verarscht habe, auf Deutsch gesagt. Und in einer gewissen Art und Weise ist das auch so. Und gehört einfach dazu, wenn ich sozusagen etwas Neues lerne, dass ich natürlich auch, ja, verstehe und erkenne, dass ich in der Vergangenheit irgendwo mal, in Anführungsstrichen, falsch gelegen habe. Das Schöne an Dingen, die falsch gelaufen sind, ich kann sie berichtigen. Und von daher ist es auch überhaupt gar nicht schlimm. Und, ja, dementsprechend braucht es natürlich eine kleine Bereitwilligkeit von dir, dich auf so einen Prozess hier einzulassen. Und wenn du, und sobald du jetzt hier offen dafür bist, dann, ja, viel Spaß mit der nächsten Stretching-Übung sozusagen. Wenn du wollen würdest, dass du informiert bleibst über jede weitere Stretching-Übung sozusagen, dann abonniere gerne den Kanal. Und wenn dir am Ende die Übung hier auch gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen oder einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Ja. Komfortzone, könnte man fast schon sagen, einreisen. Sanfter gesagt, können wir sagen, erweitern oder verlassen. Erweitern würde ja bedeuten, ich mache sie ein Stückchen größer. Verlassen finde ich bald sogar noch besser. Das ist ja das, worum es sozusagen geht, wenn wir, ja, eine geistige Yoga-Übung, könnte man sagen, uns vornehmen und sagen, wir widmen uns mal neuen Gedanken. Wir widmen uns mal Gedanken, die außerhalb unserer typischen Komfortzone existieren oder von etwas sprechen, was außerhalb unseres normalen Denkramens liegt. Und den gestrigen Gedanken, da waren wir ja schon ziemlich krass unterwegs, im Sinne von, dass wir gesagt haben, alles, was ich sehe, bedeutet nichts. Das ist ja im Grunde genommen für unsere Verstand eine ziemliche Provokation. Und das, was möglicherweise nur alleine bei diesem einen einzigen Gedanken passiert ist, dass für den einen oder anderen die komplette Welt hochgespült wurde und alle Argumente aufgetischt wurden und sagen, wie jetzt. Das hat doch aber alles für mich Bedeutung gehabt. Und dementsprechend wäre der weitere Gedanke für heute die Erkenntnis aus dem gestrigen Tag, nämlich, ich habe allem die Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Also das heißt, wenn ich meine alte Komfortzone, meine alte Welt damit konfrontiere im Sinne von, das bedeutet nichts oder das bedeutet zumindest nicht das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, dass es das bedeutet. Also mal als Beispiel, ich bin mal irgendwann verlassen worden. Dann habe ich ja gedacht, dass die Situation für mich die Bedeutung hat von, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich bin nicht gut genug, der andere liebt mich nicht so, wie das eigentlich sein sollte. Oder ich hätte irgendwas besser machen können. Und die Frage ist natürlich, was? Ich bin da nicht informiert gewesen und, und, und. Also das ist eine komplette Denkschleife. Und wenn ich jetzt da den Satz in Anwendung bringe von, das bedeutet nichts oder das bedeutet nicht das, was ich darüber denke, dann stelle ich mir die Frage, ja wieso? Aber es ist doch, es ist doch passiert. Und natürlich sind die Situationen passiert. Natürlich sind die Ereignisse in der Vergangenheit passiert. Aber das, was auch passiert ist, dass ich dem einen Stempel gegeben habe. Nämlich die Bedeutung, die es eben für mich hat. Und folglich die Bedeutung von, es war eine bedrohliche Situation für mich, es war eine verletzende Situation für mich, es war eine Verlustsituation für mich, es war nicht so, dass ich mich als das erfahre, was ich eigentlich erfahren wollen würde. Nämlich vollständig geliebt, zufrieden und glücklich. Und das, was das Wichtige in der Anwendung einer solchen, sozusagen geistigen Stretching-Übung ist, ist einfach die Übung zu machen. Also im Grunde genommen nichts anderes, wie eine körperliche Dehnungsübung, die Übung zu machen. Und wenn ich jetzt sozusagen mein Rücken oder mein Oberkörper dehne, mal als Beispiel, dann tut es an einer bestimmten Stelle auch weh. Aber damit können wir ja umgehen. Das Kalkulieren war ein, das wissen wir. Dass das wehtun kann. Dass das dann auch mal gehalten werden kann. Und vielleicht haben wir dann auch mal keinen Bock, morgen eine andere Übung zu machen, die wieder mich mit demselben Schmerz konfrontiert. Aber ich weiß, wenn ich morgen die Übung mache, dass ich davon einen Nutzen haben werde. Und das ist bei so einer geistigen Stretching-Übung vielleicht so die Frage, wo der Verstand reinkommt, was soll denn das Ganze? Man tut dir doch nicht so ein Zeig an. Also bleib doch in deiner alten Welt, halt doch deine Komfortzone lieber aufrecht. Da weißt du, wie es funktioniert. Es ist zwar beschissen, aber das ist wenigstens kalkulierbar. Wir wissen wenigstens, wie die Scheiße läuft, auf Deutsch gesagt. Und interessanterweise ist ja das Negative viel gewichtiger in den meisten Fällen als das Positive. Also der Verstand und sozusagen das Gehirn ist viel eher darauf ausgerichtet, das Negative zu sehen. Weil das natürlich aus Sicht des Überlebens und aus Sicht des Stammhirns und der Amygdana, die im Grunde genommen nichts anderes macht, als den ganzen Tag zu entscheiden, ist das gut für mich, ist schlecht für mich, ist gut für mich, ist schlecht für mich, ist es ja viel relevanter, zu wissen, was alles schlecht ist. Weil das Gute ist ja Beiwerk. Das kriegen wir hinterhergeworfen, so nach dem Motto. Aber das sichert im schlimmsten Fall unser Überleben nicht. Aber ich will ja überleben. Auch wenn als möglicherweise konfrontiert oder ja, Verlust, potenziell Verlust erleidendes Wesen. Aber das bedeutet nicht im schlimmsten Fall den Totalverlust meiner Existenz. Aber dann, es könnte aber trotzdem sein. Manchmal fühlen sich ja so Verlassenssituationen auch so an, wie ich sterbe gleich. Warum? Weil natürlich ich der Beziehung im Vorfeld natürlich auch die Bedeutung gegeben habe, die sie eben für mich hat. Nämlich, ich habe mich damit so identifiziert, dass der andere mich vollständig macht, zum Beispiel. Oder dass es sich so angefühlt hat, wie zu Hause sein. Und jetzt auf einmal entreißt mir jemand meine Welt, entreißt mir jemand meine, wirft mich praktisch aus meinem eigenen Zuhause raus, könnte man sagen. Und viele Menschen beschreiben das auch so, dass sie in der Trennungssituation wie in ein schwarzes Loch fallen. Und dann ist es logisch, dass der Verstand nach unglaublich vielen Stricken sucht, wo man sich irgendwie dran festhalten kann. Oder wenigstens irgendwie nicht nur festhalten, sondern vielleicht sogar wieder ein Stückchen hochziehen kann. Weil ein komplettes Durchrauschen in die Bodenlosigkeit, könnte man sagen, ist so bedrohlich, dass wir das nicht aushalten. Und erst recht, wenn wir natürlich es so deuten, dass wir jetzt in ein schwarzes Loch fallen. Potenziell. Nur, wenn wir uns das Bild von Yin und Yang beispielsweise angucken, dann wird das Ding nur rund, wenn beide Teile drin sind. Das, was aber der Verstand in dem Moment versucht ist, das wieder zurechtzubasteln. Und zu sagen, wie können wir denn das Dunkle überwinden? Aber in dem Symbol von Yin und Yang ist ja in dem Dunklen auch das Weiße drin. drin. Also das Helle drin. Und von daher, mal angenommen, wir würden komplett durchrauschen. Und es gäbe wirklich sowas wie eine Bodenlosigkeit, dann wäre das ja im Grunde genommen ein freier Fall. Wenn wir das symbolisch angucken. Aus Sicht des Überlebensmechanismus ist ein freier Fall etwas, wo wir glauben, irgendwann klatschen wir auf. irgendwo. Und sind dann was auch immer. Aber auf jeden Fall wird es sowas sein, wie ich bin dann kaputt. Wahrscheinlich. Aber das ist auch in dem Moment natürlich nur die Referenz, die wir da gedanklich im Kopf haben. Also wir stellen uns praktisch vor, wenn wir im freien Fall sind und irgendwo kommt der harte Boden, wo wir aufschlagen. Das ist so das Bild, was wir im Kopf haben. Also auch dem Gedankengang geben wir die Bedeutung, die wir ihm eben geben. Wenn ich aber sage, okay, mal angenommen, den Boden, wo ich aufschlage, gibt es nicht. dann ist es ein ewiges Schweben in Freiheit, könnte man sagen. Könnte auch sein. Also das heißt, mit dem heutigen Gedanken geben wir uns auf der einen Seite erstmal die Möglichkeit, dass wir uns in unserer eigenen Welt und sozusagen in unserer Umgebung erstmal klar werden können und können sagen, okay, ich gebe allem die Bedeutung, die sie eben für mich hat. Aber eigentlich, wenn ich alle Urteile in dem Moment weglegen würde, wäre alles, zumindest so, wie wir es aus verstandesgemäßen Sicht deuten, nicht bedeutungslos, sondern wäre einfach da und ist also zum Beispiel, ich finde das immer praktikabel, wenn ich das so mit Geldscheinen betrachte. So ein Geldschein ist einfach mal ein bedrucktes Baumwollpapier. Aber interessanterweise geben wir unterschiedlichen bedruckten Baumwollzetteln unterschiedliche Bedeutungen und symbolisieren uns das auch durch Größe. Also ein Zettel, wo eine 10 draufsteht, ist in der Regel kleiner als ein Zettel, wo eine 100 draufsteht oder wo eine 500 draufsteht. So, aber es sind die gleichen Zettel, aber das Symbol ist großer Zettel, mittlerer Zettel, kleiner Zettel und eine andere Farbe. Und damit wissen wir, okay, was bedeutet denn dieser Zettel? Ach so, mit einem 50 Euro Zettel kriege ich mehr in dieser Welt als mit einem Zettel, wo eine 10 draufsteht. Ach so, okay, alles klar. Aber im Grunde genommen hat das an sich überhaupt gar keine Bedeutung, sondern es ist in dem Moment dann ein Symbol und praktisch ein Mittel zum Zweck. Also ein praktisches Tool, womit ich was verwenden kann. Aber wie viele Menschen legen so viel Wert in entsprechende Symboliken, dass sie daraus natürlich eine eigene Identität kreieren? Also mal angenommen, ich habe viele Zettel mit 500 Aufdruck. Aufdruck von 500. Dann gibt es viele Menschen, die dann sagen, also jetzt bin ich ein wertvoller Mensch. Und sobald ich ein paar von den 500ern verliere, aus welchen Gründen noch immer oder weniger davon habe, dann wird die Verknüpfung hergestellt, jetzt bin ich weniger. Jetzt muss ich mich wieder anstrengen, dass ich wieder ein paar 500er mir in die Tasche stecke. Weil dann bin ich wieder gut. Das heißt also, alle Bedeutungen, die wir dem Ding geben, dienen oder verwenden wir im Grunde genommen auch dafür, um eine Identität zu definieren. also uns zu jemandem zu machen, der wir offensichtlich irgendwie sein wollen. Aber wenn ich ein, wenn ich dieses Streben hätte, dann wäre die Frage, wer bin ich denn, dass ich die ganze Zeit dafür sorgen muss, dass ich wertvoll bin. Also da bin ich ja im Grunde genommen, habe ich mich mit Wertlosigkeit identifiziert. Und darauf will im Grunde genommen dieser Gedanke natürlich auch hinweisen. Und wenn wir uns das tatsächlich so angucken, dann wäre ja die Endperspektive, und davon gehen wir ja aus, dass es so etwas geben muss, wie eine vollständige Zufriedenheit, wie ein vollständiges Erfülltsein, wie ein vollständiges Geliebtsein. Aber das muss außerhalb aller Komfortzonen sein, also ein vollständiges Verlassen der Komfortzone bedeuten, in der wir uns gegenseitig aber irgendwie befinden. Weil das ist ein Gedanke, der vollständig außerhalb ist, der klassischen Komfortzone. Weil unsere Komfortzone meistens daraus besteht von, naja, ich brauche mich nur intensiv genug anstrengen, dann würde mich jemand anders lieben. Ich muss nur ausreichend mich selbst lieben, dann kann ich auch jemand anders lieben, was erstmal grundsätzlich kein falscher Ansatz ist. Aber irgendwann muss es ja mal fertig sein. Und das kann nur ein gegenwärtiger Moment sein. Und es kann sein, dass das jetzt möglicherweise eine Herausforderung ist, mit so einem Gedanken zu gehen, weil ich natürlich meine alte Komfortzone konfrontiere. Und wenn es einen praktischen Tipp da drin gibt, damit umzugehen, mit der Konfrontation und vielleicht auch mit dem, was es dann macht, nämlich das Aufspülen meiner alten Gedanken, meiner alten Überzeugungen, meiner alten Konstrukte, den Moment zu halten und einmal mehr zu atmen. Ah, okay, gut. Da taucht auch nur ein weiterer Gedanke aus meiner alten Komfortzone auf, der mir auch weiterhin aufzeigt, dass ich sozusagen etwas sehe oder eine Situation oder eine alte vergangene Geschichte, die mir aufzeigt, wie ich etwas in der Vergangenheit gedeutet habe. Ach so, es ist das gleiche Urteil, was ich sozusagen jetzt nochmal repräsentiert bekomme. Und wenn es aber ein außerhalb der Komfortzone gibt, nämlich ich in vollständig, ich in vollständig geliebt, ich in unzweifelhaft und sozusagen im vollständigen zufrieden sein und was ein Seins Zustand wäre, der sich im Grunde genommen ja auch gar nicht ändern könnte oder dürfte, dann muss das für mich jetzt hier so sein, auch wenn dieser Gedanke auftaucht und wenn ich mir das sozusagen klar mache, dann kann ich auch atmen und kann sagen okay gut nicht so schlimm weil das was der Verstand möglicherweise macht ist auf den auftauchenden Gedanken wieder ein Urteil was bedeutet es denn jetzt schon wieder dass dieser Gedanke auftaucht also die Schleife dreht sich dann sozusagen einfach weiter und mit dem heutigen Gedanken kann ich sagen okay ja ist halt ein Gedanke dem ich die Bedeutung gegeben habe die es eben für mich hat und wenn ich jetzt einen auftauchenden Gedanken wie zum Beispiel also meistens kündigt sich das an mit ja aber bla 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 muss ich jetzt jetzt und hier diesem Gedanken wieder eine Bedeutung geben von ist das jetzt ein guter Gedanke oder ein schlechter Gedanke nö muss ich nicht okay gut und für mich ist hilfreich wenn ich mir da so unterschiedliche Anker setze damit ich meine Aufmerksamkeit am Tag über so darauf organisieren kann auf der einen Seite dass ich mich in der Anwendung des Gedankens erinnere und vielleicht so an auch diese diesen diesen Moment von ich atme mal durch und da helfen Post-its beispielsweise und für mich wäre das heute ein tragfähiger Gedanke ich weiß nicht was für dich praktikabel wäre aber so dieses Atmen ich würde da auf diesen Post-its einfach Atmen drauf schreiben und was ich auch gerne mache ist mir auf die Hand hier irgendwie so einen Anker drauf zu schreiben könnte ich drauf schreiben Atmen weil mit meinen Händen furchtele ich immer irgendwie vor mir rum da gucke ich immer mal drauf ah ok und das Schöne am Atmen ist dass das ja etwas ist was so nah an meiner Existenz dran ist und was mich sozusagen an meine Existenz erinnert wo ich sage ok ich bin trotzdem da auch wenn das Programm da läuft und ich muss jetzt mehr als Atmen muss ich nicht machen und selbst das geht von alleine das Schöne an der Stelle ist und es könnte sein dass wenn ich den Gedanken anwende dass ich möglicherweise damit konfrontiert werde das ist ja wie so eine Art hinterfragen ich gebe allem oder ich habe allem die Bedeutung gegeben die es für mich hat da kann ich ja eigentlich immer nur ja sagen gestern könnte sein bei dem Gedanken dass da viele neins aufgetreten sind und dementsprechend wäre das heute der Ausgleich der entsprechenden Polarität heute mit dem Gedanken wäre ich sehr wahrscheinlich öfter ja sagen können was in dem Moment das System schon mal entspannt also mir geht es zumindest so weil ich kann nicht verleugnen aus meiner Sicht dass ich allen Dingen in meiner Welt und sozusagen allen Szenarien und allen Erfahrungen in der Vergangenheit die Bedeutung gegeben habe die sie eben für mich hat das ist definitiv ein Fakt und durch einen Tag zu gehen mit einem Gedanken der grundsätzlich schon mal stimmt ist ja eine gute Geschichte da können wir da wird es sehr wahrscheinlich nicht so viel Widerstand geben geben wie vielleicht gestern und unsere Komfortzone wird sehr wahrscheinlich auch nicht so intensiv konfrontiert und ja mehr gibt es aus meiner Sicht da nicht zu sagen für den heutigen Stretch in diesem Sinne wünsche ich dir gutes gelingen einen tollen Tag und wenn du magst bis morgen ciao ciao ein hin ein an Vielen Dank.